Ich habe übrigens, okay, jetzt mal ganz kurz Real Talk, okay? Ihr dürft mich jetzt nicht verurteilen. Also, ich schaue wirklich, privat kein Amorant. Nicht, weil ich es nicht toll finde oder so. Ich gucke es einfach nicht. Aber ich habe einmal reingeschaut bei ihr, weil es vorgeschlagen wurde. Und da war sie in einem Pool draußen mit anderen Frauen. Und ich dachte so, herr krass, woher kenne ich denn die anderen Frauen? Und dann waren alle anderen Frauen Pornodarstellerinnen, die ich kannte.